Die Mannschaftsaufstellung des deutschen Rekordmeisters. Hier ist die Starting Level des FC Bayern München. Im Tor unsere Nummer 26 Sven Bruthal. Unsere Nummer 5 Max Bruthal. Unsere Nummer 6 Max Bruthal. Mit der 8 Javi Martinez. Die 9 Robert. Mit der 10 Arjen. Die 17 Jerome. Mit der 25 unser Kapitän Thomas. Die 27 David. Mit der 29 Kingsley. Und die 32 Josua. Einwärtsspieler für das Tor. Das ist unsere Nummer 22. Die 4 Nikas. Unsere Nummer 13. Mit der 19 Sebastian. Die 24 Kupo. Und die 28 Quasi. Und es hat sich was getan. Hier ist unser Trainerschauer. Der Team ist bei Hermann Gernand. Und auch Peter Herrmann. Und der zweite. Und der erste Spreiber des FC Bayern München. Jürgen Rekord. Auf recognised hinzu. Vielen Dank.